Hi Leute und willkommen zu einem niegelnagelneuen Video der Reihe, in der wir uns alle Fallout-Fraktionen ever genauer anschauen werden. Und heute schauen wir uns mal die Friendly Landing Company an. Die Friendly Landing Company, meistens als FLC bekannt, ist nach außen hin ein Unternehmen, das denen in Not Geld leiht, damit sie sich selber helfen können. In Wirklichkeit handelt es sich bei der FCL allerdings um ein skrupelloses Kredithai-Unternehmen, angeführt von Decker, dem wahrscheinlich größten Gangsterboss in The Hub. Dieses Unternehmen verleiht Kronkorken mit einem Mindestbetrag von 200 und verzinst diese mit 10%. Und nach bereits 10 Tagen ist die Rückzahlung fällig. Sollte der Kunde nicht in der Lage sein zurückzuzahlen, schreckt die Friendly Landing Company nicht vor Drohungen, Gewalt und sogar Mord zurück. Die Hub Police, die im Hub für Recht und Ordnung sorgen soll, hat schon lange ein Auge auf die Friendly Landing Company geworfen, kann diesen allerdings nichts nachweisen. Sollte sich der Bunkerbewohner allerdings dazu entscheiden, das von Lorenzo Giovanni gemanagte Kredithai-Unternehmen zu attackieren und seine Mitglieder und Angestellten zu töten, guckt die Hub-Polizei weg, solange sich die Kämpfe nicht auf die Straße von The Hub ausbreiten. Wie so oft ist über die Zukunft der Friendly Landing Company nicht sehr viel bekannt. Da sie die Autoritäten allerdings schon lange im Auge haben und sie sich viele Feinde durch ihre Praktiken machen, dürfte es für diesen Zweig des großen Decker-Syndikats wohl keine große Zukunft gegeben haben. Doch für einen skrupellosen Mann wie Decker ist die Friendly Landing Company und die Leben, die diese zerstört hat, nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und Deckers Machenschaften und sein Machtgefüge dürften sich unabhängig davon noch weit über das Ödland erstreckt haben. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, liken und abonnieren bitte nicht vergessen. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann. Ciao.